Hallo zusammen, wir sind auf dem Weg zum Skills Park Opening in Winterthur. Mal schauen, was dort alles Neues gemacht haben. Ich freue mich also gleich ein wenig. Bis später. Alles klar? Alles klar. Das war's. 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 Du bist jetzt schon Fan? Ich bin Fan, ja. Und du bist auch Fan. Mega Fan? Ich bin ja der größte Fan. Warte. Ich bin einfach mehr Fan. Nein, Spiegel. Du bist nicht Fan. Dein Fazit bis jetzt? Das sieht extrem geil aus, ja. Alles mega hoch. Du bist so schnell aber nicht. Das war's. Du bist so schnell. Das war's. 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 Ich glaube, im Frühjahr oder später müssen sie das nicht hinmachen. Spätestens wenn der Simi oder ich da drüber hinterflügt, das bleibt euch geil sein. Ja. Oder so. Das ist cool. Aber das ist cool. Ja, ja. Ja, ja. Das ist cool. Das ist echt geil. Das ist schön ganz cool. Ja, vielleicht nicht heute. Nein. Meinten Simon? Ja, es war cool. Ich freue mich schon, wenn wir mal mit dem BMX gehen. Heisst aber Skills Park, nicht Spitalpark. Crash Park. Es hat ja wirklich eine schöne Luftmatte. Luftmatte ist geil. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.